Greetings! Grüß euch! Wir sind FreeMind! Elfköpfige Power-Regelscar-Formation aus Wien. Wir sind gerade dabei, unsere erste langersehnte CD zu finalisieren. Das heißt, die Aufnahme ist im Kasten, dass dazugehörige Cover-Armen stehen. Jetzt müssen wir es nur mal pressen und vervielfältigen lassen. Wir wollen euch natürlich auch geilsten Merchandise zur Verfügung stellen können. Aber dafür brauchen wir Geld, 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 Geld. Mit einer kleinen oder auch einer ganz großen Spende können wir gemeinsam mit euch unser Ziel erreichen. Und als Dankeschön erhaltet ihr CD, T-Shirts, Stickers und Stoffsacken. Und Infos stehen da unten. Also liebe Leute, wir sagen jetzt schon aus tiefstem Herzen vielen, vielen Dank. Macht das gut! Pass auf euch auf! Und Support your local hero! Support your local Panda! Brauch!